Gumm Logitech zu einem pompösen Video. Heute gibt's Unboxing Action Logitech C-29 voll hart, hab ich mir gegönnt einfach und ich denke in Zukunft wird dann auch Haze kann man am Start sein und bye. Thoros will eine Freundin? Aha, okay. Ein fliegender Goomba lernt die Nährwert-Tabellen aus. Auswendig, aus. Es gibt grad Sachen, die passieren. Und zwar das hier. Genau das passiert. Ciao.